Nach dem schokoladigen Cookie gibt es heute mal eine etwas hellere Variante. Nach Keks riecht dieser Cookie erstmal überhaupt nicht. Das, was stark vertreten ist, ist der Schokoladenduft von den ganzen Schokodrops. Die Protein-Cookie-Masse ohne den Schokodrops schmeckt wirklich sehr langweilig, schmeckt überhaupt nicht nach Keks. In der Kombination mit den Schokodrops schmeckt man sehr gut Schokolade raus. Im Großen und Ganzen ist er nicht sehr kekslastig. Man hat nicht das Gefühl, dass man einen Cookie isst, eher ein paar Schokodrops. Mir persönlich ist er ein bisschen zu fad. Er schmeckt auch kaum süß bis gar nicht süß. Dieser Cookie hat mich nicht wirklich überzeugt. Da war der vorherige um einiges besser. Ihr könnt ihn natürlich trotzdem testen und mir gerne berichten, wie euch dieser Cookie geschmacklich zugesagt hat. Das ist ein bisschen zu fad. Musik